Solange die Bäume kahl sind, Licht und Wärme durchlassen, gedeihen die Waldkräuter am Boden. Überall entfalten sich bunte Blumen, die aus dem Nichts. Untertitelung. BR 2018 Haben die Nadelbäume den unbeständigen Wind zur Fortpflanzung genutzt, locken diese Pflanzen mit ihrer Pracht geflügelte Liebesboten an. Der Lärchensporn hat einen ganzen Teppich aus nektarreichen Blüten für die kleinen Helfer ausgebreitet. Untertitelung. BR 2018 Die eifrigen Besucher wie die Gartenhummel erhalten süßen Nektar und bestäuben dafür Blume für Blume auf ihrer Reise. Ein uralter Tauschhandel zwischen Pflanzen und Insekten. Älter als der Wald selbst. Untertitelung. BR 2018